...in der Ultraleitklasse, um damit die Me 109 ein wenig in Erinnerung zu behalten. Denn von den Originalen gibt es ja nur nicht mehr so viel. Sie haben sehr viel Mühe aufgewandt und ein Sportflugzeug gebaut, das einsitzend, wie der FD-Jäger, aber auch ein Ziehfahrwerk hat und natürlich auch mit der Lackierung. Gut, ein Rotax-Motor, 65 PS, Maximalgeschwindigkeit von 200 km in der Stunde, eine Reisegeschwindigkeit von 170. Das Flugzeug hat ein Gesamtfluggewicht mit Piloten von 320 kg. Ein sportlich agiles Ultraleitflugzeug. Und die Freunde haben gesagt, wem dieser Spaß das wert ist, mit 35.000 Euro ist er dabei. Man kriegt es als Bausatt und kann es dann selber bei sich zu Hause in der Garage bauen. Standardausgemäß mit Einziefahrwerk und als ziviles Sportflugzeug gut, einfach und wunderbar zu fliegen. Well, ladies and gentlemen, one of the great joys of the Berlin Airshow is the sheer variety of aircraft. We've had very large helicopters and transport aircraft, and now we're going to the opposite end of the scale with an ultralight aircraft. This is the Messerschmitt Bf 109 UL, the UL standing for Ultralight, light sport and touring aircraft, produced by Peak Aerospace GmbH. Modelled, of course, on the famous Second World War fighter, probably the most successful fighter aircraft of all time, over 33,000 of the original Me 109 being built, this particular aircraft, three-quarter scale, fitted with a Rotax 582, a very small, lightweight engine producing only 65 horsepower, but it gives the Me 109, the Bf 109 UL, sorry. A remarkable performance, 200 kilometres an hour maximum speed, with a cruising speed of 170 kilometres an hour. Fully retractable undercarriage, instrumentation and so on, makes this truly a full-size aircraft, not really an ultralight. Delightful handling, as you can see, and a stall speed of only 59 kilometres an hour. The all-out weight of the aircraft, 320 kilograms, and in still air, there's a maximum range of 600 kilometres. Believe it or not, this is not a very expensive aircraft to buy, only 35,000 euros to buy the aircraft. Standard model, comes with everything you need to fly, not just the airframe, but also the undercarriage, instrumentation, just about everything is included in the kit. So this, aside from anything else, is an aeroplane that you can actually build yourself. Onecond guess, what kind of drives your aircraft, a size of Microsoft Ravensmunk werde, not just the gas of historical underneath. Thank you very much. etwas keeps providing powerinkering and when all the empreended Onecond guess, is quite a latch of the aircraft. Because of the upright, there's no tools, the干 caval banks to test the middle market. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.